Hier geht der Weg wieder zum Auto und natürlich wieder Frösche an der Seite. So ein komischer Tümpel ist hier. Da unser Angelplatz. Hier geht es nach oben. Die Sonne prallt. Wir haben jetzt ein Viertel vor acht, glaube ich, morgens. Das ist der Larpesee. Wo wir bestimmt keine Fische angeln werden. Ich schweige denn, ich werde sie essen. Ich esse nur Fischstäbchen. Jaja, da hinten sind auch welche. Die Angeln sind im Zelt. Kann man das überhaupt sehen? Naja. Jetzt warten wir hunderttausend Stunden, bis diese komischen Fische anbeißen. Was sie wahrscheinlich nicht machen. Blauer Himmel. Nein, nein, nein. Hier kann man sich wenigstens sonnen, wenn man Klamotten hätte dafür. Wir sind am Angeln und man hört lauter Quark Quarks. Quark 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 Da sind leckere Maden drin, Bürmchen. So, das ist der neue Angelplatz. Zum Angelplatz, ziemlich steil. Steiler Weg nach oben. Da unten ist unser Angelplatz, ziemlich weit unten. Ja, streue ich ja. Ja, streue ich ja. Ein ganz großer Megakrebschen. Ja, streue ich ja. Jetzt kommt die dritte und letzte Angelstelle. Hier kann man nur so oft wechseln. Mittlerweile ist es, wie viel war es denn gerade? Zwölf, halb eins. Ja, ja. Fische haben wir immer noch nicht gefangen. Dafür aber drei Krebs. Ja. Mittlerweile ist es auch ein bisschen bewölkt. Aber immer noch sehr warm. Ja. Nicht regnend. Und sind gleich da. so. Hier sind es an der Angelstelle. Ameisen mit lecker lecker Eierchen. Man kann es krabbeln sehen. Ja. 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 Ja.